Wir spielen Horror Darkness Escape 2019. Ich garantiere für nichts. Ich habe lange recherchiert. So ein bisschen. Auf in den Horror. Ich muss mal meinen Ton hier einschalten. Ist hier Ton? Ja, hier ist Ton. Schick ein blutunterlaufendes schwarzes Aure. Warte mal, bist du... Ach da, okay. Ich dachte gerade schon. Ja, ich muss doch erst laden. Ich habe Ladehemmung. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, das noch ein bisschen lauter zu machen. War aber noch ein bisschen lauter. Was ist das? Ich kriege Angst, wenn da nur ein Video ist. Ich weiß nicht. Ich drücke jetzt, ja? Wenn wir in sieben Tagen sterben, bist du schuld, ne? Ach, ich drücke jetzt. Oh. Ja, dann Englisch. Oder Russisch. Wir nehmen Englisch. Achtung. Das ist ein Horror Game. Bitte sei vorsichtig mit Mental und Blah. Mit Anfällen und Panik. Und überhaupt, wenn du schwanger bist, sowieso nicht. Und du bist selber dafür verantwortlich. Egal, was passiert. Please do not use Avatar with special abilities. Das weiß ich nicht. Lights, Sound, Particles haben wir nicht. Benutze Avatare, die 0,8 bis 2,4 Meter sind. Ich glaube, da gehören wir zwischen. Ach so, da ist so ein Dings. Setting Volume, at least 80%. Ja, das weiß ich ja nicht. Weiter, was ist das? Comfort and Safety, VR off. Ich glaube, das habe ich. Ich sage einfach mal weiter. Start. If you have friends, be sure to wait. Press 1, 2, 3 und enter to open the door. Ach so, da ist so ein Lumpet. Und Spurges, okay. Wir können nicht springen. Was? Ich hasse Spiele, wo ich nicht springen kann. Also, ich drücke jetzt 1, 2, 3 und enter. Und dann warte ich auf dich. Okay. Hast du auch gemacht? Okay, ja. Ui. Ich wollte gerade sagen, sind das 2 Betten, aber... Wenn ich runtergucke, sehe ich Brüste. Ein Puzzle. So, genau. 3, 2, 1. Sehr kreativ. Ach, muss ich das jetzt auch eingeben? Ich glaube, ja. Oh, tsch... Ah! Gut, dass das nicht in echt ist, weil sonst wäre ich da runtergefallen. Ich habe kein Gleichgewichtssinn. Oh, nein. Oh, nein. Das kann ich nicht. Oh, shit. Da brauche ich dich. Someone killed my friend. One tells the truth and three lie. Find the cow. I did not kill. I saw Bill B kill him. Jemand hat mein Freund getötet. Einer sagt die Wahrheit und drei lügen. Find the culprit? Was heißt das? Der ist wahr. Ich schuldige. Ach so. Also A sagt B was. B sagt D was und D sagt B lügt. Oh, ich hasse das. Jetzt haben wir ja noch zwei Optionen. Dass A die Wahrheit sagt, aber dann lügt B und D. Ich könnte auch einfach hier runterspringen. Hm. Der hat ihn gesehen. Ich bin auch zu doof für sowas. Wir können auch einfach Try and Error. Ich sag D was. Kann man die anklicken? Oder muss man dann da runterspringen? Ich glaube, man muss runterspringen. Wofür bist du? Wer war der Schuldige? Zumal A sagt B was. B sagt D was. D sagt B ist. Am Lügen. Das kann ja schon nicht sein, weil wenn B lügen würde. Ja. Dann wäre, würde D die Wahrheit sagen und A würde die Wahrheit sagen. Das stimmt also nicht. Die beiden lügen definitiv. Ich habe Kopfschmerzen. Ich glaube, es ist D. Ich komme. Nein, ist es nicht. Ah. Ah. Dann war es vielleicht C. Oh. Ja. War jetzt noch eine 50-50-Chance, weil A und D haben definitiv gelogen. Können ja nicht beide recht haben. Äh. Ja. I see you. Warte mal. Der rechte Weg war nicht so eine gute Idee. Ja. Immer entgegengesetzt. Ach so. Siehst du, deswegen musst du mit mir spielen, weil du so schlau bist. Mittendurch? Ja. Mittendurch. Siehst du? Ha. Ja. Geht die Trades vielleicht runter, wenn wir durchgehen? Nee. Hm. Doch, tut sie. Ach so. Ist aber noch eine weitere Tür. Was passiert hier was? Oh. Was muss man denn damit tun? Was ist denn nur? Ich sehe hier eine 3. Ah, wir müssen, ah, da ist eine 2. Also erst die 2, dann die 3. Ähm. Was ist die nächste Farbe? Wonach gehst du denn? Nach dem Bild. Rot ist zuerst. Bei Rot fängt es an. Dann ist es Gelb, dann geht es zu Grün, dann zu Blau. Ach so. Also Rot, Gelb, Grün, Blau. Okay. Drück mal die 2. Die habe ich schon. Dann die 3. Ja. 4. Warte, warte, nein, warte. Ah, doch, 4 war richtig. Wo ist Blau? Wenn ich Blau wäre, würde ich mich an der Decke verstecken jetzt. 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Da könnte man auch so drauf kommen, ne? Bist du hinter mir? Ja. Ich folge deinen wunderschönen, wehenden, blonden Locken. Das ist zersprungen. Nö. Kann ich die Augen wieder aufnehmen? Aha, ja. Hier lang. Okay. Ah, ich kann ja gar nicht springen. Ah, ich kann ja gar nicht springen. Lauf. Du auch. Oh, elegant. Lauf! Wovor? Wovon redest du? Die Tür ist zugegangen. Ja, aber ich bin doch schon durch. Ah, nee, ist gerade eben. Hä, wo ist diese Kugel? Da ist eine Kugel. Ich dachte, du meinst die? Nope. Das Coronavirus ist angekommen. Ja. Ich fahre noch mal eine Tour hier. Schnell! Ich bin da! Yay! Oh, es sind mehrere. Kommt hier hin? Nee. Die? Die? Ah! Wolle ich? Okay. Schauen wir mal, wo es lang geht, oder? Mmh. Wow! Jumpscare. Nee. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hey! Ich würde ja gerne springen und Ruhe machen, aber ich kann nicht springen. Oh no. Ah ah, I'm out. Was ist immer dasselbe Bild? Ja, ich werde davon heute Nacht wieder träumen. Wer nimmt mich dann in den Arm und kuschelt mit mir? Ich würde ja sagen, ich, aber das dauert ein bisschen, bis ich da bin. Aber das ist dann jetzt schon wieder. Ich hab's. Das war's. Äh. Fünf, sechs, sieben, 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 drei, sieben, fünf, drei, sechs. Hm. Blaust du gut in Mathe? Hahaha. Ich hab mal an einem Erdbestand gearbeitet und hab nur mit Taschenrechner die Kunden bedient. Oh, F***. Ich hasse Kopfrechner. Oh no. Hütchen. Das kann ich eigentlich gut. Ist das sein Auge? Weiß nicht, sah auch gegen Gehirnklumpen aus. Links, oder? Ja. Ja. Runde zwei. Runde zwei. Ich weiß nicht, Hütchenspieler verarschen mich immer. Runde zwei. Runde drei. Runde drei. weil er ein bisschen zu spät anfängt mit dem kram ich glaube ich bin raus jetzt darfst du ich wäre für mitte weil die noch nicht war aber ich sehe jetzt du hast viel dann im haar habe ich ja ich hab da gerade voll konzentriert drauf gestarten da macht er so mist du bist weg anhebt da bist du wieder quarantänekammer entweder das oder die wände gehen jetzt aufeinander zu ich mach doch kein scheiß oh oh run wollen wir da rein nein müssen wir hier rein Das sieht aus wie Gedärme. Du bist ganz verschwommen. Wow. In meinem Kopf gerade unter unseren Füßen. Das sieht aus wie der Fahrstuhl von dem Spiel, was der Schmitz gespielt hat. Das hat mich in dich teleportiert. Du siehst immer noch sehr festlich aus. Danke. Wir haben ja auch Grund zu feiern, ne? Weil wir eventuell den Fahrstuhl überleben könnten. Auch nur eventuell. Ich habe die Mistelzweige gehofft und überall. Hast du eine Taschenlampe? Nein. Jetzt schon. Das sieht aus wie die Elevator. Das ist bestimmt dein Blinker, der macht so viel Licht. Wenn das daran angelehnt ist, dann passiert dir nichts. Gehst du zurück? Herr Schmitz ist auch rückwärts gegangen. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Es ist aber auch immer noch ein Nachtblick. Spiegel? Spiegel? Ich glaube, wir haben überlebt. We did it! Ich kann aber noch nicht springen. Ne. Oh Leute. Es wurden Bilder mitgebracht. Ich sehe nur viel Brust. Achso, wenn ich mich hinhocke, dann kann ich sie besser sehen. Da haben wir Hütchen gespielt. Da sind wir um unser Leben gerannt. Da waren wir in den Gedärmen. Ach guck mal, da haben wir einfach Arschuhe gechillt. Ich fände es cool, wenn man die speichern könnte. Ja, ne? Aber du süß. Fängt das schon wieder an. Das ist so. Hier kannst du dich im Spiegel sehen, ne? Ja. I love you. Gratuliere. Ihr seid erfolgreich entkommen. Versteh mich nicht falsch. Die Geister hassen dich nicht. Sie heißen dich nur willkommen, weil sie dich mögen. Auch wenn du vielleicht Angst hast und überrascht bist. Werd nicht sauer. Wenn wir da in das Discord gehen, dann kriegen wir ein Präsent. May leave the server group after receiving the gift. Auch wenn du vielleicht dann danach wieder gehst. Danke fürs Spielen. Hm. Das ist aber süß. Also wer... Wer möchte, da habt ihr ein Geschenk. Ich verzichte auf mein Geschenk. Au. Stell dich mal vor mich, dann beenden wir mit dir die Folge. Ne, vor mich, also hier vor. Vor, vor mich, ja. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Du répest in der нужен harper nicht Neler. Du Christianity